Moin oder willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem ganz kurzen, flotten Apex Legends Season 13 News Update. Ich habe gerade etwas richtig geiles entdeckt. Ein Feature in Season 13 soll kommen, was hier schon seit Ewigkeiten alle ersehnen. Custom Lobbys. Es soll tatsächlich in Season 13 schon kommen. Es gibt einen... Es gibt jemanden, der hat irgendwie... Es gibt irgendwo eine Ratte in Apex Legends, der ständig allmöglichen Spaß veröffentlicht von Newcastle. Der hat alles schon veröffentlicht. Das Gameplay, die ganzen... Das ganze Zeugs halt. Ihr wisst, was ich meine. Ich habe in den letzten Tagen vier auf meinem Drittkanal davon mit unter anderem veröffentlicht. Und der hat jetzt was rausgehauen. Gameplay bzw. wie das mit diesen Custom Lobbys funktioniert und dass das in Season 13 tatsächlich kommen soll. Ich zeige es euch ganz, ganz flott und ich habe da ultra, ultra Bock drauf. Am Anfang sehen wir Create a Match oder Join a Match. Wir können quasi selber ein Match kreieren oder wir können mit einem Passwort einem Match beiwohnen. Wir haben... Also der ein oder andere von euch kennt sicher Pflanzino oder Prise Salz. Die haben alle schon Tournaments ausgetragen. Daher kennt der ein oder andere dieses Layout, wie das hier aussieht. Wir können hier einmal einstellen Hideouts ganz links. Da können wir einstellen, ob wir einfach nur so eine Art Moderator des Spiels sind. Und wir können uns quasi ein Tournament selber erstellen und dann den ganzen Teams zuschauen, ohne dass wir in diese Teams eingreifen, ohne in dieses Spiel einzugreifen. Und das ist eine richtig fette Sache. Wir können das natürlich auch so einstellen, dass wir selber mitspielen bis zu 20 Teams. Wir können, glaube ich, das sieht man hier nicht, glaube ich... Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, ich habe es schon mal gesehen, dass man eigentlich auch die Teamgröße von 3 auf 2 verringern kann. Ob das hier tatsächlich machbar ist, weiß ich leider nicht. Dann können wir aber auch, und das ist sehr interessant, wir können die Lobbys halt erstmal so kreieren. Wir können auswählen. Spielen wir Arenas? Spielen wir Battle Royale? Wir sehen alle vier Battle Royale Maps. Ob natürlich alle vier aktiv sind in Season 13, das weiß ich aktuell nicht, weil wir ja auch Kings Canyon sehen. Ich habe in einem Tournament sogar, glaube ich, wenn ich mich nicht auch schon mal gesehen, wie Kings Canyon oder auch World's Edge in einer anderen Variante gespielt wurde. Quasi, glaube ich, die Season 3 Variante zum Beispiel. Ob das hier tatsächlich so mit drin ist, glaube ich jetzt eher nicht. Wahrscheinlich müssen wir auch davon ausgehen, dass Kings Canyon jetzt aktuell in Season 13 nicht aktiv ist. Aber vielleicht doch. Müssen wir mal sehen. Und wir haben noch ein paar Optionen rechts, die wir einstellen können. Chat. Genaueres, was das da bedeutet, kann ich euch jetzt nicht genau sagen. Wir können auf jeden Fall den Aim Assist an- und ausstellen, was ich sehr krass finde. Anonymous-Modus. Und dann gibt es noch drei verschiedene Game-Mode-Varianten. Den Standard-Battle Royale-Modus. Dann gibt es ein Tournament und No-Ring-Modus. Wir haben quasi keine Zone. Wie da die Runde allerdings aussieht, keine Ahnung. So, jetzt switcht der Kollege hier auf jeden Fall noch auf den Arena-Modus. Dort sieht das Ganze genauso aus. Und wenn das tatsächlich in Season 13 kommt, dieses Feature, dann fresse ich ein Wesen. Dann können wir im Livestream endlich mal richtig geile Community-Games machen, wo wir uns alle im Stream wiederfinden. Jeder springt in die Lobbys. Und wir haben wahrscheinlich eine Menge, Menge Spaß. Kann man auf jeden Fall richtig geilen Scheiß mit anfangen. Darauf freue ich mich extrem. Diese Information wollte ich euch noch schnell zum späten Samstagabend raushauen. Zum Sonntag meine ich natürlich. Das war es schon wieder von mir. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal.